willkommen willkommen hier zur ersten folge von let's collect stickys 2018 leute heute mittag gab es schon ein unboxing beziehungsweise heute vormittag gab es ein unboxing zur lidl stickys serie 2018 zur obst und gemüse sammelserie von lidl da habe ich fünf tütchen ausgepackt das starter pack ausgepackt leute also schaut euch unbedingt das video noch mal an die figuren die ich dort gezogen habe heute früh da werde ich jetzt einsortieren weil let's collect ist eine serie wir probieren jeden tag jetzt ein paar stickys tüten zu öffnen die stickys dann hier einzuordnen und mal gucken wie schnell wir die stickys serie voll bekommen leute und ich hoffe ihr kommt auf dem weg quasi zu meiner kompletten stickys serie täglich mit leute weil let's collect stickys 2018 wird es dann täglich geben ich denke mal die serie wird nicht allzu lange gehen weil es gibt halt nur 24 stickys und wir starten einfach mal mit dem einordnen der vorhandenen stickys ich habe ja schon fünf gezogen und da hat mir hier einmal die karotte karotte gym ich hoffe ich mache das auch richtig dass ich hier die richtigen stickys richtig platziere so das müsste dann doch hier der ivan gewesen sein genau ivan kommt hierhin die halten auch gut fest finde ich gut also das design und die quasi die mache von den stickys finde ich nice finde ich gut so jetzt haben wir hier nee das ist maggie das ist maggie ich glaube das hatte ich heute vormittag in meinen unboxings falsch gesagt oder ist das per oder ist das x ich sortiere jetzt mal bei maggie ein ich glaube das ist eher maggie dann habe ich hier schon mal ein fehler bei meinem unboxing heute vormittag entdeckt wahrscheinlich haben mich auch die meisten darauf hingewiesen ich nehme hier nämlich beides gerade im anschluss auf quasi so hier aber jipp und japp das hatte ich richtig gesagt jipp und japp kommt hier oben rechts in die ecke hält auch gut und dann hier noch die traube oder smooth ist es auf jeden fall smoothies movie smooth hat hier oben neben maggie seinen platz so die ersten fünf stickys sind am an ort und stelle und wir öffnen jetzt die nächsten fünf tütchen leute und so wird es täglich sein leute ein paar stickys auspacken und die stickys dann einordnen und mal gucken wie lange es dauert bis wir die stickys serie voll haben let's go so erster sticky müsste irgendwie so ein kohl sein blumenkohl oder so so sieht er aus und das ist namentlich 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 ist das celly celly hier oben links sagt also die erste reihe ist schon mal gut bestückt da fehlt jetzt nur noch x und winz oder war das winz nee das ist celly ich bin schon richtig hier weil wenn sie zu wenig aus ok stehen eigentlich die namen da unten dran nein der erste doppelte oder oh ne den habe ich doch noch nicht oh glück gehabt das ist hier eine melone leute das ist eine melone das erkenne ich hier dann steht hier unten eigentlich der name ich glaube nicht ne ne steht da nicht da ok auf jeden fall die melone und die melone heißt äh die melone 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 heißt melo ok wer hätte es gedacht die melone heißt melo perfekt hier unten rechts in die ecke kommt melo die melone bam bam drei päckchen haben wir noch für heute und da haben wir eine ananas ne ist das eine ananas ich denke schon äh die ananas kommt hier unten hin pa pa also die unterste reihe und die oberste reihe ist schon mal gut bestückt wie mache ich das jetzt hier so könnt ihr alles erkennen zack zack also bis dato acht stickies insgesamt geöffnet und acht verschiedene stickies das läuft doch mal schon richtig gut ich hoffe wir kriegen heute auch noch keinen doppelten und das ist äh ja das ist auf jeden fall ein herz aber äh kann ich jetzt nicht erkennen wie heißt er hier in der serie loros 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 heißt er hier und wird hier eingeordnet in der zweiten reihe der loros bam so perfekt letztes päckchen letztes päckchen oh das das sieht so aus als hätte da jemand schon reingeguckt aber ähm umso besser weil ja den habe ich noch nicht den guten kollegen und der gute kollega ist mipo mipo in der dritten reihe mein erster stickie in der dritten reihe mipo zack zack so Leute zehn stickies habe ich insgesamt ausgepackt und zehn verschiedene stickies habe ich ausgepackt Leute eine richtig gute quote lasst ein Däumchen da lasst ein Abo da Leute morgen gibt es die nächsten stickies morgen aber vielleicht ein bisschen später die Folge Leute vielleicht kommt die Folge erst ähm um 19 Uhr vielleicht kommt sie auch erst um 20 Uhr weiß ich noch nicht Leute auf jeden Fall gibt es morgen Let's Collect Stickies 2018 ich hoffe euch gefällt das ganze gut und ich hoffe ihr kommt mit auf meine Reise zur vollständigen stickies Kollektion Leute lasst ein Abo da lasst ähm Däumchen da natürlich Däumchen wären Träumchen Leute und teilt das Video mit euren Freunden ich bin raus an dieser Stelle haut rein und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal